Karl Friedrich Emich Meinrad Benedikt Fidelis Maria Michael Gerold Prinz von Hohensollern ist ein deutscher Unternehmer. Seit dem Tod seines Vaters im September 2010 ist er Chef des ehemals fürstlichen Hauses Hohensollern, der schwäbischen Linie der Hohensollern. Der Tradition folgend wird er daher häufig als Fürst von Hohensollern bezeichnet. Leben Karl Friedrich von Hohensollern ist der älteste Sohn von Friedrich Wilhelm von Hohensollern, des vorherigen Chefs des Hauses, und Margarita. Geborene Prinzessin zu Leiningen Ausbildung von 1958 bis 1968 besuchte er die Grundschule und das Gymnasium in Siegmaring. Im Jahr 1969 wechselte er an das Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen, Schweiz, das er 1973 mit Abitur verließ. Nach seinem Wehrdienst bei der Bundeswehr, den er von 1973 bis 1975 ableistete, studierte er von 1975 bis 1980 Betriebswirtschaft an der Universität im Schweizerischen Freiburg im Ü-Echt-Land. Im Anschluss absolvierte er eine Lehre als Bankkaufmann in Stuttgart, Frankfurt und New York und erwarb ein Lizenziat der Universität Bern. Karriere Seit 1984 arbeitet er im Familienunternehmen und übernahm bereits vor dem Tode seines Vaters 2010 als Bevollmächtigter die Geschäfte des Hauses. Von Hohensollern ist Generalbevollmächtigter der Unternehmensgruppe Fürst von Hohensollern, ehemals Hofkammer. Mit Sitz in Siegmaringen und Gesellschafter der Zollern GmbH und Co. K.G., einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Siegmaringen. Als alleiniger Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der Prinz von Hohensollern Capital GmbH und M.P. Co. K.G. besitzt der derzeit sieben Equity-Beteiligungen und hält stille Beteiligungen an drei Unternehmen aus dem süddeutschen Raum. Des Weiteren ist er über die Aberbergbahn eine wichtige Person im Tourismuskonzept des Bayerischen Waldes. Zwischen dem 1. Dezember 2005 und dem 29. Februar 2008 war er Mitglied des Wirtschaftsbeirates der Bayern LB. 2008 hatte er einen Sitz im Aufsichtsrat der Südwestbank. Des Weiteren war er Mitglied des Unternehmerbeirats der Goda Versicherungsbank VVAG. Seit 2007 ist er Mitglied des Beirates der Landesbank Baden-Württemberg. Seit 2006 bei der Baden-Württembergischen Bank und seit 2008 Mitglied des Regionalbeirats Südwest der Commerzbank Privatleben. Von Hohensollern heiratete die acht Jahre jüngere Alexandra Schenk-Gräfin von Stauffenberg. Tochter des Clemens Anton Schenk-Graf von Stauffenberg und der Clementine Elisabeth. Geborene Gräfin Wolf Metternich zur Gracht am 17. Mai 1985 in Siegmaringen standesamtlich und am 16. Juni in der Beuerwaner Klosterkirche kirchlich. Aus der Ehe von Hohensollern und seiner Frau Alexandra gingen ein Sohn und drei Töchter hervor, Alexander Friedrich, Antonius Johannes, Philippa Marie, Carolina Isabelle, Flaminia Pia, Eilika Stefanie, Antonia Elisabeth, Georgina Tatjana. Bis zur Trennung 2006 lebte die Familie gemeinsam auf Schloss Krauchenwies. Danach bewohnte er den Wilhelmsbau von Schloss Siegmaringen am Karl-Anton-Platz. Am 21. Januar 2010 wurde die Ehe geschieden. Alexandra behielt den Ehenarmenprinzessin von Hohensollern. Am 17. Juli 2010 heiratete von Hohensollern in Umkirch bei Freiburg die Hamburger Geschäftsfrau Katharina Maria de Zoméa. Die seither den Ehenarmenprinzessin von Hohensollern trägt, Schloss Umkirch hat der Vater des Fürsten vom rumänischen König Karol I., ebenfalls aus dem Haus Hohensollern-Siegmaringen, geerbt. Nach dem Tod des Vaters 2010 bewohnt der neue Fürst mit seiner Frau nun das frisch renovierte Landhaus Josefs Lust bei Siegmaringen. Von Hohensollern alias Charlie ist begeisterter Jazzmusiker. Schon während des Wirtschaftsstudiums in der Schweiz besuchte er einmal wöchentlich die Berner Swiss Jazz School. Mit seiner Band Charlie and the Jive Mates hat er regelmäßige regionale Auftritte, mit Frieda Berlin hat er einige Alben eingespielt. Er ist Besitzer mehrerer historischer Fahrzeuge und Schirmherr von Oldtimer-Rundfahrten des Vereins Ferienland Hohensollern. Ehrenämter und Auszeichnungen Von Hohensollern ist seit Juni 2007 im Bundesvorstand des Wirtschaftsrates Deutschland der CDU gewählt. Zudem ist er Mitglied des Landesvorstandes im Wirtschaftsrat Deutschland Landesverband Baden-Württemberg, im Bund katholischer Unternehmer und in der Stiftung Familienunternehmen. Er ist Vorstandsmitglied im Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Eibstadt-Siegmaringen e.V. Außerdem förderte er in der Tradition seiner Familie das erzbischöfliche Kinderheimhaus Nazareth in Siegmaringen sowie die Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim und ist Vereinsmitglied im Maria-Berke V. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Prinz-Lennart-von-Hohensollern-Stiftung. Die Stiftung wurde 2006 durch Nathalie Prinzessin von Hohensollern, die Frau seines Bruders Albrecht, gegründet, um Gelder für die Forschung im Bereich der molekularen Pädiatrie zu sammeln. Zudem organisierte und beteiligte er sich an musikalischen Benefizveranstaltungen. Er ist stellvertretender Vorstand des Vereins der Freunde der Erzabtei St. Martin e.V. Am 13. Oktober 2009 verlieh ihm der Innenminister des Landes Baden-Württemberg, Heribert Rech, in der Villa Reizenstein das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Traditionelle Bezeichnung Fürst. Von Hohensollern trat bis 2010 im historisch-genalogischen Sinne mit dem Erstgeburtstitel als Erbprinz und seit dem Tode seines Vaters am 16. September 2010 in der familiären Erbfolge als neuer Chef des ehemals fürstlichen Hauses Hohensollern auf. Nach privater Familienregelung beansprucht er im adelshistorischen Sinne, wie schon vor ihm sein Vater, die seit der Weimarer Reichsverfassung nicht mehr vererbbare primogene Bezeichnung Fürst zu führen. In einem Artikel der Schwäbischen Zeitung vom 26. Februar 2011, der sich auf diesen Wikipedia-Artikel bezieht, wurde von Hohensollern zu der Thematik befragt und wird zitiert mit von Hohensollern zu der Weimarer Reichsverfassung nicht mehr verabschieden. In einem Artikel von Hohensollern zu der Weimarer Reichsverfassung nicht mehr verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020